Damit Mietwohnungen weiterhin gebaut werden können, müssten die Mieten mal locker um 50 Prozent höher ausfallen, was aber kaum noch ein Mieter zahlen kann und insofern sind eben viele Bauprojekte gestoppt worden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlights, der Ideen-Podcast. Ich bin Robert Leonard, Pressesprecher für den Bereich Research und Volkswirtschaft und für Innovationsthemen in unserer Bank. In unserer heutigen Folge beleuchten wir den Immobilienmarkt. Dort gibt es aktuell große Veränderungen, die Zinswende und immer mehr Vorschriften sowie fehlende Arbeitskräfte sorgen für ein Nachlassen bei dringend benötigten Neubauprojekten. Wir haben natürlich den passenden Gast für diese Folge, nämlich Thorsten Lange aus dem DZ Bank Research. Er ist Senior Analyst für den Immobiliensektor und hat in einer Studie jüngst sogar von einer Baukrise gesprochen. Herr Lange, schön, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit nehmen. Lassen Sie uns doch direkt loslegen. Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel festgelegt, dass in Deutschland 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollen. In einer aktuellen Studie sagen Sie, dass in diesem Jahr eher die Hälfte realistisch ist, sein wird. Warum scheitert die Regierung bei ihrem Vorhaben? Ja, erst mal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Das Ziel der Regierung, 400.000 Wohnungen zu bauen, war ohnehin utopisch hoch angesetzt. Das gibt eigentlich die Kapazität der Bauwirtschaft gar nicht her. Das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Fertigstellungen sogar ungefähr 300.000 stagnierten. Jetzt kommen natürlich noch die hohen Bau- und Finanzierungskosten hinzu, die beispielsweise den Bau von Mietwohnungen unwirtschaftlich machen. Damit Mietwohnungen weiterhin gebaut werden können, müssten die Mieten mal locker um 50 Prozent höher ausfallen, was aber kaum noch ein Mieter zahlen kann. Und insofern sind eben viele Bauprojekte gestoppt worden. Ja, hinzu kommen aber auch noch hausgemachte Probleme aus der Vergangenheit, wie die komplexen Bauvorschriften, eine vielleicht übertriebene Mietregulierung und auch die hohe Besteuerung des Immobiliensektors, etwa durch die kräftig in die Höhe geschraubte Grunderwerbsteuer. Und insofern ist der Bau hier erheblich belastet. Bislang ist das weniger aufgefallen, weil einfach durch die sehr niedrigen Zinsen von privaten Bauherren viel Geld in den Immobilienmarkt geflossen ist. Vor allem aber auch von Anlegern, die eigentlich kaum Alternativen zur Geldanlage hatten und dann eben in den Wohnungsmarkt investierten. Ja, es ist kein Geheimnis, dass der zunehmende Stillstand in der Baubranche zunehmend zum sozialen Problem wird, weil unsere Bevölkerung wächst. Das heißt, es ist eigentlich zu wenig Wohnraum da, beziehungsweise wird künftig da sein. Sie weisen aber auch auf die Bedeutung für Deutschlands BIP hin. Warum ist denn eine funktionierende Baubranche so wichtig für unsere Wirtschaft? Ja, in Deutschland hat die Bauwirtschaft eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Die Bauinvestitionen im vergangenen Jahr lagen bei rund 475 Milliarden Euro. Das sind mehr als 12 Prozent der Wirtschaftsleistung. Vor 15 Jahren waren es nach gut 9 Prozent und wie gesagt, jetzt sind es knapp über 12 Prozent. Das heißt, die Bauinvestitionen sind schneller als die Wirtschaftsleistung gestiegen und haben damit zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Der Hauptbeitrag kam dabei aus dem Wohnungsbau. So zwischen 2010 und 2021 hat sich die Zahl der Baufertigstellungen gut verdoppelt und damit eben zu einer kräftigen Steigerung der Bauinvestitionen geführt. Jetzt wird die Bauwirtschaft kräftig belastet. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass sich die Zahl der Fertigstellungen deutlich reduzieren wird. Und damit bremsen jetzt eben die geringeren Bauinvestitionen die wirtschaftliche Erholung. Positiv dabei ist oder vielleicht anders gesagt weniger negativ, dass wir einen so hohen Sanierungsbedarf haben. Stichwort Heizung, energetische Sanierung. Das heißt, ein erheblicher Beitrag kommt weiterhin vom Sanierungsbereich, der ohnehin 70 Prozent der Wohnungsbauinvestitionen insgesamt ausmacht. Und dieser Sektor stützt jetzt eben die Bauinvestitionen. Leiden tut vor allem der Hochbau. Und wenn wir jetzt mal auf die Rahmenbedingungen gucken, die notwendig sind, damit der Neubau nicht zu stark einbricht in Deutschland. Welche Rahmenbedingungen sind das so? An welchen Schrauben kann man oder sollte man drehen? Ja, die Regierung sitzt jetzt eigentlich in der Klemme. Denn ja, auf der einen Seite haben wir diese angesprochene Krise am Bau und auf der anderen Seite haben wir einen sehr starken Zuzug nach Deutschland. Etwa durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. 2022 ist die Einwohnerzahl um 1,1 Millionen gewachsen. Leerstände am Wohnungsmarkt sind gering. Und ja, die Zuwanderung hält ja weiterhin an. Also insofern wird es eben enorm schwierig, für die Menschen angemessene Wohnungen zu finden. Und ja, so Übergangsquartiere sind ja auf Dauer keine Lösung. Was kann man jetzt konkret machen? Die Regierung hat schon im vergangenen Jahr das Bündnis für das bezahlbare Wohnen ins Leben gerufen, hat sich mit vielen Beteiligten der Immobilienwirtschaft zusammengesetzt und ein großes Maßnahmenbündel beschlossen. Wie etwa die Entschlackung der Bauvorschriften, das serielle Bauen war ein Thema, schnellere Genehmigungsverfahren oder die Digitalisierung der Immobilienbranche voranzutreiben. Nur diese ganzen Maßnahmen brauchen Zeit, die dauern. Ad hoc werden die nicht wirken. Und insofern bleibt jetzt am Ende eigentlich nur öffentliches Geld, um die Lücke zu schließen, die beispielsweise besteht zwischen den tatsächlichen Baukosten für Mietwohnungen und dem Teil, der über die Miete finanziert werden kann. Problem hierbei ist, der öffentliche Haushalt ist schon enorm belastet. Die Schuldenbremse ist wieder in Kraft. Insofern sind große Förderprogramme für die Wohnungsbranche schwer aufzulegen aktuell. Und ja, insofern ist guter Rat jetzt teuer. Eine Sache, die man vielleicht machen könnte, ist, die sich vielleicht sogar einigermaßen selbst finanziert, wäre eine Ermäßigung bei der Grunderwerbsteuer. Die Zahl der Immobilientransaktionen ist durch die hohen Zinsen ohnehin kräftig zurückgegangen. Was bedeutet, weniger Transaktionen, weniger Grunderwerbsteuer. Insofern könnte man hier die Grunderwerbsteuer beispielsweise für Erstkäufer reduzieren, um die Zahl der Transaktionen wieder zu erhöhen und damit eben auch die folgenden Steuereinnahmen zu generieren. Beispielsweise, wenn neu gebaut wird, dann fließen eben in erheblicher Höhe auch Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und so weiter. Also da könnte man ansetzen, um die Bauwirtschaft halbwegs haushaltssparend wieder anzuschieben. Aber ob man damit jetzt die notwendige Zahl neuer Wohnungen erreicht, ist eben auch fraglich. Wie gesagt, die Probleme sind vielfältig und insofern auf die Schnelle zu lösen, wird fast nicht möglich sein. Kürzlich hat Robert Habeck mit seinem Heizungsvorschlag für viel Wirbel gesorgt. Das wurde jetzt wieder so ein bisschen zumindest eingefangen. Trotzdem, die Politik will aus Nachhaltigkeitsgründen den Einbau von Öl- und auch Gasheizungen verbieten. Ja, voraussichtlich schon ab dem kommenden Jahr und ab 2045 sollen dann zumindest Ölheizungen auch aus den Bestandsimmobilien komplett entfernt werden. Bei den Gasheizungen gibt es da noch ein bisschen mehr Flexibilität. Trotzdem, wie sehen Sie diesen Vorschlag bzw. jetzt das Ergebnis der Koalition, was sie damit vorhat? Ist das Ganze technisch und auch ökonomisch so überhaupt machbar? Der Gebäudebereich trägt in erheblichem Maße zu den Klimagasen bei. Und ja, leider ist in der Vergangenheit zu wenig unternommen worden. Und insofern hat die aktuelle Regierung hier ein unangenehmes Thema geerbt. Der Gebäudesektor trägt zu den Klimagasen etwa 120 Millionen Tonnen CO2-Equivalent pro Jahr bei. Und dieser Wert war in den vergangenen Jahren relativ stabil, ist also so gut wie nicht zurückgegangen. Kleinen Rückgang gab es im vergangenen Jahr, aber der war vor allem aufgrund der Gassparabhälle ausgelöst worden. Insofern muss hier dringend etwas gemacht werden, damit eben die Klimaneutralität von Deutschland auch erreicht werden kann. Insofern führt am Austausch von Öl- und Gasheizungen kein Weg vorbei. Und ja, besonders schlechte Klimawerte haben eben alte Einfamilienhäuser und alte Geschosswohnungen, die viel Gas und Öl benötigen und insofern stark zum CO2-Ausstoß beitragen. Problem hier ist eben, dass die als Alternative gehandelten Wärmepumpen hier nur schwer einzubauen sind, weil eben immense Vorarbeiten notwendig sind, um die Gebäude energetisch zu sanieren, damit die Wärmepumpen auch effizient arbeiten können. Und insofern hat man hier einen beschwerlichen Weg zu gehen, an dem aber eigentlich kein Weg vorbei führt, trotz eben vieler Hürden wie dem Fachkräftemangel, den hohen Kosten, die damit verbunden sind, den langen Lieferzeiten von Wärmepumpen oder auch dem oft hohen Alter der Eigenheimbesitzer, die vielleicht mit der Sanierung ihres Hauses überfordert sind. Ja, es bleibt eigentlich keine Alternative, um hier vorwärts zu kommen. Und insofern müssen wir diesen beschwerlichen Weg gehen. Noch ein weiterer spannender Punkt ist insgesamt die Zinswende und wie die sich auf die Preise am Immobilienmarkt auswirkt. Die gehen ja jetzt zumindest leicht zurück. Was bedeutet das denn für den Wunsch von den Bürgerinnen und Bürgern nach einem Eigenheim und ja auch insgesamt für Anleger, die beispielsweise über Fonds in Immobilien investieren wollen? Ja, der Eigenheimkauf gilt ja aktuell als unerschwinglich. Der ist auf jeden Fall auch deutlich teurer geworden durch die hohen Zinsen. Aber dass ein Eigenheimkauf unmöglich ist, das würde ich so nicht unterschreiben. Der Immobilienmarkt hat in der Vergangenheit auch mit hohen Zinssätzen funktioniert. Insofern denke ich, dass das weiterhin möglich ist. Ja, und die sinkenden Preise von Immobilien helfen ja auf jeden Fall auch dabei. Ja, zudem helfen die bei uns verbreiteten amortisierenden Hypothekendarlehen, denn mit höheren Zinsen beschleunigt sich hier die Tilgung und man kann eben mit einer etwas niedrigeren Tilgung arbeiten, ohne dass sich die Darlehenslaufzeit verlängert. Ja, aber nichtsdestotrotz werden die Kreditraten deutlich höher ausfallen. Das ist in der Vergangenheit und insofern werden sich viele Eigenheimkäufer mit einer etwas kleineren Immobilie zufriedengeben müssen, um eben den Kaufpreis zu reduzieren. Ja, wenn man hier auf die Anlage in Immobilien blickt, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall derzeit ein herausforderndes Thema, nicht nur wegen der gestiegenen Zinsen, denn der gesamte Immobilienmarkt ist ja letztendlich im Umbruch oder einem starken Wandel unterzogen. Das bedeutet natürlich Chancen, aber auch eine ganze Reihe von Risiken. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, in Wohnungsportfolios sind im Zweifel hohe Investitionen in die energetische Sanierung erforderlich, die möglicherweise nicht auf die Mieten umgelegt werden können. Bei Einzelhandelsimmobilien ist die Strukturkrise noch nicht vorbei. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen mit der Insolvenz von Galeria oder auch Gertz, zuletzt mit Reno-Schuhen, also auch durchaus bekannten Einzelhandelsunternehmen, die hier nach immer noch Schwierigkeiten haben. Ja, und bei Büroimmobilien ist der Markt ebenfalls im Umbruch. Durch Homeoffice werden weniger Büroflächen benötigt. Die Unternehmen geben alte Bürogebäude auf, die sich schwer vermieten lassen. Da sind die Auswirkungen auf die Anlageprodukte aus meiner Sicht dann auch noch nicht so klar abzusehen. Ja, und insofern würde ich sagen, wer aktuell in Immobilien investieren möchte, sollte sich auf jeden Fall intensiv mit der durchaus komplexen Materie auseinandersetzen. Ja, abschließend würde mich noch die Gefahr einer platzenden Blase interessieren, weil in der Öffentlichkeit und auch von einigen Experten wurde das ja immer mal wieder heraufbeschworen. Jetzt steigen die Zinsen. Ja, stimmt das, dass die Blase bald platzt? Oder hat der Ausdruck Betongold auch weiterhin seine Berechtigung? Ja, der Glanz des Goldes hat jedenfalls ein Stück weit nachgelassen. Ja, die Preise geben seit Mitte vergangenen Jahres nach und sie werden wohl auch noch ein bisschen weiter nachgeben. Aber ein großer Einbruch ist eigentlich unwahrscheinlich am Immobilienmarkt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir haben zum einen ein insgesamt knappes Angebot an Immobilien, weil in der Vergangenheit schon zu wenig gebaut wurde. Also jetzt wird erst mal noch weniger gebaut. Also das Angebot an Wohnimmobilien ist sehr knapp weiterhin. Dann kommt hinzu, dass wir langfristige Finanzierungen haben mit langer Zinsbindung. Also insofern betrifft der Zinsanstieg die meisten Käufer oder die meisten Eigenheimbesitzer erst mal nicht. Erst wenn die Zinsanpassung ansteht. Und insofern besteht jetzt eigentlich nicht das Risiko, dass eine Welle von Zwangsversteigerungen ausbricht. Und insofern ein großes Angebot auf den Markt kommt und die Preise belastet. Und ja, dann haben wir, wir hatten schon darüber gesprochen, durch die Zuwanderung einen enorm hohen Wohnungsbedarf. Der führt zwar nicht dazu, dass jetzt die Zahl der Käufer dadurch in die Höhe getrieben wird, aber die Zuwanderung vergrößert die Anspannung am Mietmarkt, wirkt sich steigend auf die Mieten aus. Das merkt man auch schon, die Mieten steigen aktuell so stark wie lange nicht mehr. Und insofern ist dann eben der Kauf doch wieder eine interessante Alternative, weil eben einfach Mietwohnungen kaum zu finden sind und eben auch enorm teuer sind. Ja und zudem der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist weiterhin bei vielen vorhanden. Ja und nicht zuletzt stützt natürlich auch der super robuste Arbeitsmarkt den Immobilienmarkt. Ja, was wir aber auf jeden Fall erleben werden ist, dass die Anbieter von Immobilien Preiszugeständnisse machen müssen. Anders als in der Vergangenheit lässt sich eben nicht mehr jeder Preis durchsetzen. Und was wir mit Sicherheit sehen werden, ist eine deutlich größere Preisdifferenzierung zwischen verschiedenen Immobilien. Sehr preisstabil werden Immobilien bleiben in guter Lage mit einem guten energetischen Zustand. Während Immobilien, die in schwächeren Lagen stehen und einen schlechten energetischen Zustand haben, mit deutlichen Preisabschlägen belegt werden. Denn hier müssen ja die Käufer gegebenenfalls noch hohe Sanierungskosten einplanen und das letztendlich vom Kaufpreis abziehen. Also insofern werden wir hier eine unterschiedlichere Preisentwicklung sehen als in der Vergangenheit. Ja Herr Lange, vielen Dank. Wir hören, der Immobilienmarkt bleibt angespannt, aber die große Blase wird nicht platzen, beziehungsweise die große Blase gibt es nicht. Herr Lange, vielen Dank für die interessanten Infos. Ich bedanke mich ebenfalls bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal von einer Folge von Spotlights. Spotlights